ja das manual ist wirklich chillig war wirklich schön gemacht von der grafik her kann man gar nichts sagen für das ist nur einer alleine entwickelt was ist es da muss man irgendwas bauen oder so zur mischung aus siedler der so siedler in richtung um so stadt aufbauen und verteidigen mit militärern hatten ja vielleicht schaue ich mir das auch mal an ich muss ein bisschen aufpassen mit neuen games nicht dass ich hier völlig den überblick verliert passt die flugroute ich folge dir ich bin absolut flexibel und wenn die zone passt können wir nicht zu einem super sniper spot gehen dann kann ich dir zeigen oder so ja ich folge wie gesagt ich folge dir also wenn ich so eine richtung dessen geht dann können wir jetzt gluten und damit absprung tun springen gleich falsch im ziehen und dann kann man rüber gleiten zu so hoch also wo man sonst nicht drauf kommt ok 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 und da rechnet auch keiner dass man da drauf kommt ok brauchen wir halt brauchen wir mal ok alles klar genau die zone musst du da passen ok da kommen zwei runter aber die sind bottig aus glaube ich die sehen bottig aus euch feier die grafik von pubg grad weil es so knüppelhart ist dieses game dieses race on warfare das ist wirklich hart performance hungrig da liegt ein vierer zumindest nahkampf bin ich mal bereit ich hab das game schon lange nicht mehr gespielt eine woche glaube ich naja lang ist eine woche nicht aber naja wir müssen aufpassen ich glaube hier waren die tuts irgendwo irgendwo das ist ein 6er habe ich schon mainer lords ja die chillte spiele muss ja unbedingt mal wieder spielen das war gestern alles andere als gechillt tragen hat die ganze zeit so zu blut unterlaufende augen gehabt zumindest in game wo die pushen oder weiter wir können sie pushen wohl lehler weiter und lass weiter schauen ich habe ich habe eine red dot hier also ein holo holo reichte das oder ist das ja das ist das nix ich habe sie hier hingelegt da finde ich sich groß da ist ans chance warte mal lass mal kurz im discord gucken ob kommt mode online ist er ist nicht da oder ist im spiel online oder der zockt glaube ich gerade eine runde brauchst du erste hilfe ich bräuchte höchstens media first aid kid was schon gute jetzt noch platz hat ich habe ein extended quick drauf für die für diesen dings für die ar und zweifach scope keine ahnung aber ich glaube du spielst auch die komische mp5 oder was das ist da diese mp9 aber ich habe noch keine snipe keine richtige nur die m16 k98 habe ich mit dem 6er das ist eigentlich gut ja das wird reichen wir sind voll in der zone das gibt es gar nicht gut dann suchen wir noch einen sniper und dann schauen wir da rauf oder ja keine gegner da das gibt es gar nicht und auto vor uns 345 sind oben sind oben hinter dem wo ich habe keine lust eigentlich da erstmal ans fenster gehen kommen wir irgendwie hoch das ist kein doppelstockhaus ne 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 weit und breit keine sniper was hast du jetzt momentan dann immer dann ganz ehrlich das mir wurscht und immer an 98 und ich nehme ja da ist sks dann aus dem 16 das ist der gleiche skin wie das m16 gut dann schauen wir zum turm oder ja genau siedler siedler würde ich auch mal wieder gern zocken ist nicht das neue sogar raus gekommen keine ahnung ist heute noch im aufbaustadium ist early access momentan und alles verfügbar okay weil ich glaube ich glaube das heißt nicht das heißt irgendwie das heißt nicht siedler aber es ist ein neues rausgekommen ich weiß nicht wie es heißt pioneers of padora oder so was okay keine ahnung wo du jetzt hinfliegen willst du musst mir das zeigen ich weiß es nicht zu dem haus darüber rauf und dann gleich ziehen okay ich schaue jetzt erstmal dabei zu wie du das machst war mal da hochkommst du das wurde krass da drüben fliegt auch ein fallschirm noch ein stück weiter auf das haus rauf hat es aber nicht geschafft der fliegt runter ich werde es auch nicht schaffen ich war zu langsam ich muss umdrehen ich schaffte ich habe es hat irgendwie geruckelt ich habe es hat so lange gedauert bis ich gezogen habe ich muss noch mal neuen anlauf machen das hat ultra lang gedauert bis ich gezogen habe ich hoffe ich schaff es ich glaube nicht ich muss einen neuen anlauf machen noch mal ein ich fliege irgendwie zu mindestens zehn meter tief bevor ich das ding ziehen kann ist es bei dir auch so ja ein bisschen fälliger voll ich auch aber okay 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 da ist wer auf dem anderen haus schießt doch nicht jetzt habe ich es jetzt habe ich es auja das sieht gut aus da muss wir oben sein wo meinst du du hast recht da oben steht einer bei meinem aker sind zwei typen roter marker die schießen auf dich ich glaube wir gehen runter ganz ehrlich das bringt gar nichts ich glaube du hast da oben keine chance lassen wir da runter die haben mir vorhin visier ach krass die sind dann mit dem ding mit dem emergency pickup da oben gelandet ist ja wahnsinn aber das ist gut jetzt wissen wir das jetzt wissen wir dass sie da oben sind die schießen auch auf mich aber ich hätte es gar nicht bis hoch geschafft elixir oh es geht ab drei treffen oder verpasst leider kein hellschot jetzt sind es mir weg und schaue ich dass ich da zurück zu kommen oder ja ja suche ich mal vielleicht kann ich haben bei den zwei typen ein bisschen stress machen sie ist ja nicht ja die haben echt nur komfortables ding da oben das ist gut möglich dass jetzt von hinten die alle möglichen türen shit wir müssen los so phase 3 ist ein stück ja Da fliegt er mit dem Fallschirm, oben, auf das nächste Haus Krass Ey, das sind Profis, ganz ehrlich Wenn die das so machen, dann machen die das nicht zum ersten Mal Naja, stimmt nicht Nee, ich glaube, unten bleiben wir sogar schlauer, ehrlich Oh mein Gott, da oben steht einer Kommt ihn getroffen Allerdings nur einmal Boah, ist ultra weit weg Holy moly Siehst du den noch? Ja Jetzt hat er keine Lust mehr, glaube ich Nice Warst du das? Nee, nee, also einer hat ihn getroffen, wenn du es nicht warst, dann war es keiner von uns Ich weiß nicht Let's go Scheiße, let's go Oh no Rechts rum, links rum Rechts rum Lieber, lieber rechts rum Ein bisschen Panik vor den Horden, die jetzt hier gleich auftauchen werden Da war einer Was war denn das? The hell? Warte mal Was war denn das für eine? Wo ist denn ein Freund? Hä? Der war da gelegen, der hat mich nicht gesehen gehabt Beziehungsweise ich habe gedacht, was liegt da für ein Blob und dann habe ich ihn weggeknallt, obwohl er zuerst geschossen hat Ich schau da mal innen durch Ich brauche neues Zeug, ich habe Level 3 Gear, aber komplett zerstört Wir können dann dadurch die Häuser durchpushen Ja Level 1 Gear habe ich jetzt, das ist nicht so optimal Ich verstehe Ich verstehe mal nicht, wie immer alle Chicken Dinner holen können bei mir Ich werde immer so weggemetzelt von irgendwelchen Gegner Ich spiele wahrscheinlich einfach besser als ich Also die Kills, was ich vor mir im Trage gemacht habe, die waren alle low level Okay Okay Auto, von hinter uns Komm Schießt du da? Mit der Skull? Ich habe nie noch Die FG schießt noch nicht Okay Oh shit Das wird jetzt Schmerzen Der ist low, der ist low Hab sie Revive bringt was oder soll ich dich tragen? Äh, na, geht schon Ich hoffe, das geht so aus mir jetzt Boah, das wird jetzt knapp Das wird jetzt knapp Bisschen Blutzonendetektor bringe ich noch Ah, okay, alles klar Boah, shit Jetzt müssen wir uns beeilen Sollen wir das Auto nehmen? Ähm, geht's nicht aus, glaube ich Ich bin sowieso jetzt gleich geliefert Fuck Das wird eng Du, du läufst gebückt Bleib 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 Achtung, Fallschirm Rechts Dass ich ohne dich Und jetzt hatte Das ist Sollte DoppPRPRPRPRPRPRPR Spa Umihote Und jetzt Feier